Swiss National 2019. Die besten Teams sind hier. Wir erwarten heute zwei fette BO3s, also das kann schon richtig passieren. Fox, einmal, wie geht's dir? Es geht mir gut und ich bin gerade ein bisschen mit Gänsehaut. Ja, muss ich auch sagen. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schon echt sensationell. Spook ist raus. Götter, schrie mir die Königshoch. Da können wir gerne einfach nur Applaus da lassen. Für beide Teams, die sich da qualifiziert haben, für die Pirates. Wie sie denn heute spielen werden gegen Mainz Sanity, werden wir im Nachhinein sehen. Auf geht's hier, machen wir mal ein bisschen Alarm anbübeln. Jetzt nochmal rum. Wo kriegst du dann der Nächste? Edu, Edu mit dem Dabbingball. Und da kommt es dir an, da wird der Kopf geschüttelt. Hier sieht es schon ein bisschen nach Ratlosigkeit aus. Das ist jetzt Map und Matchpoint, meine Damen und Herren. Es geht jetzt genau darum. Also, wer schafft es? Ihr macht mal ein bisschen Alarm anbübeln. Edu, Alarm, du zählst dich hin. Sklave, ey. Jetzt gar nichts zu obatieren. Es gibt Renov Geld auch hier, sehr aggressiv. Und meine Damen und Herren, wir sind auf 70. Wir sind auf 70. Wir sind auf 70. Gewinnt auch die Zwischenzeit für 2.000 Euro, 3 zu 2.